Die vier Medaillen nehme ich gerne. Ja, nimm mal, nimm mal. Oh nein, gönn ich mir, gönn ich mir. So. Ach so. Ich pflanze noch mal ein bisschen Salat an. Hm? Ja. 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 Ach so, haben wir nicht. Ich hab den Fischmarkt mal ein bisschen aufgerüstet. Also so fünfmal. Okay. Weil man da nur die Diamanten braucht. Ah, okay, alles klar, ja. Ich brauch aber jetzt ein bisschen Paprika. Wir haben aber jetzt eine Lagerkapazität von den Fischen von 500. Ja, reicht erstmal, um das dreimal zu ernten. Ja, mindestens. Mindestens. Weil wir müssen da jetzt echt da gucken, dass wir da so ein bisschen weiter ausrüsten. Ja. Ja. Das ist ein bisschen. Ein paar Bäumelein sind fertig. Ja. Ja, ne. Du bist mir zu teuer. Aber nicht. Sagte er und ging zur nächsten Laterne. Ja, ne. Die Laterne ist jetzt daheim. Auf jeden Fall. Brinnenbaum. Mhm. Oh, geil. Hier kannst du einmal quer und bitte rüberfahren. Ist schon so ein bisschen, ähm, wie sagt man? Satisfying. Ja. Komm vor. Kommt vor. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Boah. Ist, äh, da kann der halt wirklich komplett hier durchfahren. Ja. 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 Wohl. Fangen wir von der anderen Seite an. Ja, bitte. Weil die Likes. Nicht wahr? Nicht wahr? Ja. Halt mal den Controller weglegen? Ja. Kannst du noch mal einkaufen gehen? Ich hab so gefühlt, ja. Aber Apples sind voll, sehe ich bei dir gerade. Nee, ist gelogen. Ja, weil du Beeren ansammelst jetzt. Ja, man kann da zehnmal irgendwie so hin und her fahren. Ja. Mein Gott. Weil die, die, die. Ähm. Wachsen so schnell. Das stimmt. Da pfeife ich drauf, ganz ehrlich. Wenn wir hier solche zwei Stunden Aufnahmen haben, dann können wir die fünfmal, äh, pflücken. Also. Ja. Ja. Da pfeife ich mal drauf. Ganz gepflegt. Pfeift er drauf. Ja gut. Da pfeifelt er drauf. Ja gut. Da pfeifelt er drauf. Ja. Könnt ihr jetzt eigentlich eine neue Marmeladenfabrik bauen? Ja. Ja, dann, äh, bau doch eine. Ja, ich mach mal ganz kurz durch ein Dickicht hier. Ja. Ja, ich hab doch schon alles verkauft. Ja. Hab doch nichts mehr. So Äpfel und Birnen. Birnen. Kann ich gleich mal machen, aber das wird sich gleich ändern. Ja. 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 Machen wir hier das Propagandaschild erstmal ganz kurz weg. Propagandalfschild. Propagandalfschild. Ach du Scheiße. Oh. 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 Was war das denn? Hast du den nebenbei heruntergeholt? Was war das denn? Nee. Ah. Komm her. Komm her. Zum Haus. Ja, okay. Okay. Bleiben sie ruhig. Oh. Es ist ein ähnliches Gefühl. Ach. Ja. Wo bleibt der denn? Er kommt. Er kommt. Er braucht echt jetzt Ewigkeiten, bis man da ist. Ja, wirklich. Man hätte auch schnell Reise machen können. Aber machen wir halt nie. Nie. Ja, was denn? Ja, ich guck. Oh. Es passt halt perfekt. Leg mal rein den Bums. Ja. Die ist jetzt 200. Oh, 200. Okay. Okay. Oh, das Gute ist. Das ist 10 und 10, also bedeutet 20 Marmelade am Ende. Sind zwei, äh, Medaillen. Ja. Ne? Man muss das ja mal so berechnen. Das stimmt. Ach, schön. Ja. Nicht wahr? I like it very much. Ich glaub, die, äh, Tomaten, die sind gleich fertig. Zwei Minuten waren das eben, glaub ich. Ne, 17 Minuten jetzt. Ach, die Reihe hier. Okay, alles klar. Ja, okay. Rocken, zwei Minuten. Na, na gut. Wie, ist das okay? Was ist eigentlich mit den Enten hier? Sind die teuer, oder? Ja, sind teuer. Aber kann man, glaub ich, das reicht, glaub ich, für das komplette. Na, dann probier mal. Hm. Wo sind's denn da? Ja, kostet 7.000, kostet einer. Mach mal nicht. Oh, scheiße. Ja. Ja, aber gut, die Federn brauch man halt, ne? Auch wieder. Ist ja... Ja, na gut, ist wenigstens ne Reihe voll. Ja, ja, genau. Ist ja... Better than, äh, nothing. Und so. Wir müssen mal ein paar Aubergine anpflanzen. Ja, Aubergine... Habe ich auf jeden Fall ganz da hinten bei den Bäumen, sind, glaub ich, vier oder fünf Bahnen mit Aubergine. Das ist sehr gut. Könnten auch fertig sein jetzt tatsächlich. Oh. 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 Ja, nur ein guter. Was pflanzt er denn jetzt als nächstes an? Ja, das ist die Frage der Fragen. Ähm... Kichererbsen würde ich anpflanzen, die dauern drei Stunden. Hi. Ja. Brauchen wir tatsächlich, weil das ist ja Knoblauch. Ja, genau. Aber... Bauen wir auch. Aber wir haben nicht so viel Kohle. Hm. Kannst probieren, aber ist gleich, ja, schon wieder leer. Das wird nix... Ich äh, 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 ente das erst mal ab hier, das Zeug. Ach so. Jaa. Jaa. Ein bisschen kann's ja machen. Ein bisschen kann ich machen. zwischenzeit gucke ich noch mal bei den bäumen ja guck mal bei den bäumen sind meine bäume sind rein da vielleicht wieder sieht aber nicht so aus sieben minuten 41 ja gut klar hier sind bei bäume ich muss auch ganz ehrlich sagen was man jetzt kann so ein bisschen auffällt die musik macht mich auch ein bisschen du es rieche ja das könnte ruhig mal so ein bisschen abwechslungsreicher sein deswegen deswegen mag ich enemy crossing auch so gerne das wechselt alle zwei stunden glaube ich den soundtrack ja okay so jeder anderen tageszeit irgendwie das ist ganz nice ja so da haben wir ein paar bahn gemacht das sieht gut aus das ist okay sieben minuten brauchen die auf dieser seite doch das ist absehbar der roggen ist fertig ja bitte ich ernte den und pflanze gleichzeitig was genau noch mal am besten noch mal gelbe aubergine war ja also zucchini ja ja genau ich glaube ich werde jetzt auch langsam aber sicher die blumen aber ernten ja okay aber wir kommen wir langsam zum ende denke ich mal ja also wir sind schon wieder fast bei zwei stunden deswegen naja da 20 minuten ja aber in die 20 minuten werden wir definitiv nicht die questie erleben also das kannst du knicken kannst du ja kommt wenigstens noch gut geld rein das heißt auch mittlerweile komplett durchfahren meine fresse also wirklich auf welche stufe muss der roggen denn ja rocken muss auf 15 er ist momentan auf 12 ok also noch mal vielleicht ein paar bahn ziehen ja ganz geht geht aber nur im frühling und winter da ist ja gleich ja genau hier ist braucht auch nicht schlecht arabische geheimnis trüpe ganz geheim unterwegs ja ja aber die wird jetzt ein bisschen abgeerntet jetzt hier naja beim nächsten mal haben wir die christian auch fertig ja so looks it out ich brauche noch die aubergine hier fertig oh nein oh 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 nein was habe ich getan ich weiß es nicht was habe ich getan oh nein wo 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 ne haben wir ja nicht oh ne muss was freischalten ja mit genügend level ja das kann ich nicht viel machen ok die ist freigeschalten aber die müssen halt leveln bis dahin ja oh ich hatte jetzt schon panik allerdings der honig ein bisschen weiter produziert werden wie geil das einfach ist dass du so lange ewigkeit lang die aubergine sachen einsammeln kannst weil das lager einfach so groß ist oder ja es ist super was war noch mal kürzstomate ich plant sie noch mal kürzstomaten das ist aber auch weg so dann mach ich hier noch mal gefühl drei stunden fahrt noch mal es ist so wir sind wir sind wir sind wir sind wir sind auch mal kürzstomaten wir sind wir sind wir sind Bis zum nächsten Mal.